und jetzt springen darüber da geht es dann wir will clean stones habe ich schon oben drinnen mit 36 mal mit und legt wieder was ich habe zu hause auch einen haufen clean stones ich weiß dass ich natürlich mitnehmen können aber habe ich nicht gemacht das auch nicht so schlau ist werden mich natürlich jetzt extrem nervenständig aber egal also gut dass hinten da so denn da werde ich das ganze mit clean stones ersetzen das habe ich ganz vergessen scheiße dann ruhig wird das sand wieder kacke okay egal nein 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 kommen dass ich auch mal unten clean das und das so hinten zu aber jetzt mal propfen rein damit da keiner nervt von den zombies machen wir uns mal licht ist noch sand okay und raus mit dem korbel ist noch okay das kann man ja na gut unten wird es dann natürlich von zombies wimmeln die wir mal dann killen müssen scheiße ich habe da drüben so machen sollen so also sie fallen dort an der ecke noch tiefer dann wäre das natürlich auch erledigt prinzipiell willkommen so jetzt komme ich da nicht mehr ran ernsthaft ich bin so ein vollidiot manchmal so so und tiefer sehr schön sehr schön da ist der sand dann doch der dörrt dann doch wieder ganz praktisch ne wie ist denn der jetzt runtergefallen ernsthaft da ist doch oben zu ist der unterhalb von hä wie konntest du da runterfallen die schieben sich der gegenseitig alle runter ich habe hier auch hunde mit so jetzt kommt mal oben wieder eine fackel rein denn das ist ja es ist ja nicht mehr feierlich da was da runter kommt so kann ich nicht arbeiten ich will hier raus ich will nicht gegen zombies kämpfen so 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 sollte ich da noch irgendwie raus kommen ne so gut schöne nach so und raus Raus, 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 raus. Vielleicht sollte ich da mal mit Cobbles echt zumachen. Mein gut, ich brauche da natürlich noch den Aufgang, den anderen Ausweg habe ich ja noch nicht. Ich würde den halt so klein wie möglich halten. So. Ich habe noch einen Cobble rein. Die vier Sand kann ich gleich mal da. Schön auslegen. So, gut. Steak brauche ich jetzt erstmal. Und rein damit. So. Weiter geht's mit dem schönen Gebäude. Überall Zombies. Ja, komm. Das wird also wieder durch Cleans ausgetauscht. Fick dich, du verdammter Clean-Block, der sich da einfach so mal falsch hinsetzt. Oh. So. Gut. So, da, so, da, so. Da dahinter haben wir noch Cobbles. Ach, da baue ich mich dann von hinten irgendwie... ...haran, glaube ich. So, und da machen wir Cobbles, 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 Cobbles. Und damit man sieht, Cleans, so schön. So schön mache ich das hier. Cobble, ah, Cleans, Cleans, Cleans. Und die Cobbles, die ich da dahinter reingefügt habe, waren jetzt eigentlich nur dazu da, damit da nichts drinnen spawnt. Und in der Monsterfalle wahrscheinlich eh egal, weil man sowieso dauernd die Monster hört. Aber, jo. Ich wollte halt nicht gestört werden eigentlich. Es ist wirklich scheiße. Egal in der Monsterfalle, denn da ist es sowieso die ganze Zeit monstrig. Vom Geräuschpiegel hier. Monstrich. So. Gut. Ähm. Glas. Glas. Gläschen, 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 Gläschen. Weg, 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 weg. Gläschen, Gläschen, Gläschen. Und nach unten. Und das jetzt, das muss ich jetzt an jeder Ecke bauen, ne? Und irgendwann kommt dann wahrscheinlich ein Spawnraum für Mobs hin, irgendwo. Aber vorzugsweise an diesen Trichter dazu, an diesen Glas Dingens dazu. Äh. Und der muss dann eben auf vier ausgeweitet werden, statt auf einen Block Fallraum. Spinnen brauchen ja mehr Platz, ne? Spinnen, Spinnen sind ja Spinnen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nervige, kleine, hässliche Viecher. So, da, 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 da. Und da drunter komme ich nicht hin. Da, da, da. Und da. Dann kommt Cleanstone hin. So, da muss ich also auch nochmal irgendwie außen hin. Keine Ahnung wie, fragt mich echt nicht, wie ich das noch machen soll. Aber das muss noch getan werden, denn da ist noch, äh, Fick dich. So, da ist noch Sandstone und so Zeug. Das gefällt mir nicht. Das gehört da nicht hin zu sagen. Aber das mache ich schon noch irgendwie. Und da ist es jetzt relativ einfach. Einfach mal, äh, ich schaff's mir schon. Dört, 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 dört. In der Theorie immer schwieriger als in der Praxis dann. Wenn das Leben doch nur hinaus wäre. So, weg mit dem. Zeig. Kann man natürlich wieder nicht reinsetzen. Schneller heißt, dass es runterfällt. Muss man nachher mal noch. Fuck, was war jetzt? Puh, das geht schnell. Also Sandstone abbauen ist echt. Da muss man Zeit aufpassen. Wenn man nicht zu viel abbaut. Bzw. kann man gar nicht zu wenig abbauen, dass man nicht zu viel abbaut. Schön, die Spinne da oben, was? Da ist wieder ein Zombie drinnen in der Falle. Oh, oh, da musst du nachher von drin fahren. Aber jetzt kannst du ruhig mal raus. So, zack, zack. Da. Hm. Da, hier, hier, und hier, und hier, und hier, 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 und hier, und hier, kann ich da irgendwie rüber gehen, bitte? Danke. Und hier, 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 hier. Cleanz sind aus, ne? Cleanz sind leider aus, heute, so. 15 übrig. nein da fällt gerade was schreckliches auf da ist noch sand in der wand und ich setze den koppel rein nur einen zerstörer einzig so weit so gut erst mal natürlich ist da noch nichts auch mal einsatzweise fertig das ist so eine katastrophe ganz cool aber es ist noch zu lang zum bauen ich gar nicht mehr weiß wo ich weitermachen soll gut auf jeden fall mal einen stock tiefer knacks 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 und dann muss ich hier irgendwie glas ansetzen sehr schön gut 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 da wollte ich es nicht da wollte ich auch nicht kommen konzentriere ich junge konzentriere ich sag rund 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 ja klar es ist mir jetzt gerade auch aufgefallen das ist ja dann ziemlich hoher raum oder können ja in der menschen aber nein die sparen nicht bei genug licht und ich werde den raum nach unten hin versuchen auszuleuchten so gut es geht glasverbau zack 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 dahinter ist noch ist noch ist nicht ich habe noch so viel glas da kann ich das ja mal verschwenden ich weiß ihr werdet wahrscheinlich jetzt besser gemacht das ist immer so aber ich habe jetzt das glas zerstört bevor ich merke ins zerstört oder sonst was was mache ich eigentlich bin sicher bin ich viele und dann verbaue ich sie so das ist echt problematisch kommt ja sehr schön recht problematisch zu reden und sich gleichzeitig zu konzentrieren dass man nicht irgendwie das falsche baumaterial nimmt habe ich gerade gemerkt jetzt habe ich mir mal gedacht gedacht reden und spielen gleichzeitig weil dann passiert einem gleich mal sowas wie das mir gerade passierte miss geschickt hätten wir die ebene mal weg immer wieder jeder mehr kommst du nicht mehr zu kriegen machen können auch was schönes wenigstens haben wir das ist unser wach und der schön macht so wir haben ebene haben wir diese 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 warum habe ich das weg ich weiß es nicht komme 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 clean stone zack perfekt 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 da kommt weg da kommt nein 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 weg von meinem bauwerk meinem bauwerk ach creeper nerven extrem ne ich meine es ist ein geniales monster eigentlich wie manche leute zu sagen fliegen aber ein genial nerviger ist das kann man schon mal sagen kommst du hier magst du nicht unten so 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 so äh mir fällt gerade auf falsos ja äh kr 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 Vielen Dank.